Liebe Krefelderinnen und Krefelder, es ist mal wieder so weit. Am 31.08. startet in diesem Jahr das Stadtradeln hier bei uns in Krefeld. Bis zum 20. September haben Sie die Möglichkeit, in spannenden Teams aufs Fahrrad zu steigen, gemeinsam Kilometer zu sammeln, zu schauen, wie viel CO2 Sie beim Radeln eingespart haben und Sie können sich dabei auch noch mit anderen Teams messen. Ich finde eine tolle Gelegenheit, um zusammenzukommen, gemeinsam in Teams etwas zu tun und dabei Spaß am Fahrradfahren zu haben. Also machen Sie doch einfach mit. Informationen finden Sie unter www.stadtradeln.de, schließen sich in Teams zusammen, so wie es schon über 80 Mannschaften vor Ihnen getan haben. Ich wünsche Ihnen gute Fahrt, bleiben Sie gesund und viel Spaß beim Stadtradeln.